Wer ist da der Irgendwo, der ich gerade nicht im Weg ist? jetzt macht das sein sind aber nicht groß jetzt können wir den da hochschicken und wozu machen wir den umleitpokus ach der um den da drüben ist das ja der muss ja das ja das ist dann also Irgendwann sind das der gleichzeitig hier Wir werden sehen Erstmal hier hoch Jetzt müssen wir die Umlandikobas verschwinden lassen Okay, das ist nicht schlecht, aber Jetzt ist das wieder aktiviert Das brauchen wir ja So jetzt den hier und den hier Und dann kommen wir auch da hoch Dann haben wir das Rätsel gelöst Rätseln dir gar nicht so schwer, wenn man die Lösung kennt Ja Ich sagte schon, dass er für viele Entscheidungen konzipiert wurde Und ich glaube, er hat beschlossen Keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrecht zu erhalten Ach, meine schöne Anlage Let's fucking go Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot 12 von 1 Problem gelöst Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen Zwei Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster Hör einfach nicht hin und teste weiter Ah, ja Mal sehen, wie lange das noch mit dir ist Innerhalb daneben Was klappt Wir sehen, dass er jetzt was passiert Ich möchte, jetzt das Gip Ah, ok, nehmen wir jetzt noch richtig Knopf Und dann geht die Gubus runter rein, sodass wir ihn dorthin Also wir müssen irgendwie dorthin, um den Gubus hier oben erst zu bekommen Aber wie... Wir haben alles in der Welt komplett rüber Ah ja, vielleicht so Das war knapp Jetzt Sie bauen uns Okay Jetzt kann ich noch nicht gehen Oh Gekko Oh 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 nein 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 stopp, stopp ... Okay, aber nun fahren wir an den traveller Na, du kommst es wieder brella Die Kubos müssen weiter bei uns liegen Basedetem Genau so. Wir müssen wieder wohl. Erstmal bis der da rüber. Doch, nein, natürlich nicht. Wir müssen jetzt mit dem KUBUS. Der Kubus wird kein Problem haben, so durchzukommen. Aber mit dem Kubus müssen wir da jetzt rüber. Da muss ich auch mal vorsichtshalber gehen. Jetzt haben wir die Unwältedings. Jetzt können wir hier durch. Jetzt kann man den hoffentlich irgendwie umkehren. Au! Verdammt! Er muss da oben stehen. Vielleicht finden wir mit, um das dann umzuleiten, den Strahl. Okay, kommen wir nur zurück. Ich hab hier wieder Kubus muss auf das Brett zu. Ich hab hier wieder mit! Ich hab hier schon mal verabschiedet, was ich schon mal wieder rauskomme. Ich hab hier ein paar Tage die Arbeit zu machen. Ich hab hier schon gar nicht mehr zurück. Ich hab hier gewusst. Ich hab hier nur noch ein paar Tage. Ich hab hier aber mit dem Weg gemacht. Ich hab hier mit dem Weg gebracht. Ich hab hier mit dem Weg gebracht. Ähm, so jetzt hier. Fast. 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 Ich bin ziemlich präziser bei dir. jetzt tut er aber in die richtung es sollte glaube ich in diese richtung besern ok Okay. Jetzt weiß ich zumindest wie er ausgerichtet ist. Platzieren wir ihn so. Bis diese Richtung. So, ihn zeigt. Jetzt muss ich nur wieder wegkommen. So, bleibt er da oben. Ach, scheiße. Ich hoffe, der steht noch halbwegs richtig. So, das ist jetzt hier. Der muss exakt. Hier muss der Kubus hin. Oha. Ich verstehe. Kurz vor dem Link. Und stopp. Das ist genau richtig. Und jetzt. Niediger. Geht nur hier. Aber ja. Das heißt, den muss ich irgendwie schräg ausrichten. Am besten, ich stehe da oben, wenn das passiert. Naja, aber ich muss hier unten stehen, um durch das Dolenz zu kommen. Wie die Aussichtarbeit. Oh, wow. Oh. Und Präzision, warum das? Okay. Okay, das muss noch ein bisschen. Okay, das leuchtet jetzt dort hin. Gibt es den Weg? Das muss ich dir ausrichten können. Okay, der Kubus muss hier stehen. Und dort reinrichten. Ja. Hm. Dann ist wohl da übel. Noch mal zurück. Merken uns die Ausrichtung. Oh, der scheiß Stand. Oh, der scheiß Stand. Du Stand. Ich bin dort drüben. Ein bisschen so, oder? Ach, das ist... Ich habe doch hier nicht... Ich habe doch hier keinen... Ich habe hier keinen Kontrollpunkt. Schaffe ich es da runter zu springen, wenn es dann so weit ist? Vielleicht, aber dann kriegt... Äh... Oha... Ja... Es wird nur... Gefällige Mission. Ja... Ich habe es runter und den Kubus kann ich jetzt hier irgendwo... Jetzt kann ich den hier ausrichten. Jetzt haben wir hier den Strahl. Das ist ganz easy peasy. Okay. Okay, die Tür ist offen. Jetzt muss ich hier aber nochmal... Die Brutale kriege ich ja wieder hin, oder? Und... Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Sehr schön. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zu linken siehst du irgendwo die Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Ich habe gar nicht gehört hier genau. Der Rest mehr. Ähm... Warte, warte, warte! Oh nein, 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 nein! Das ist gar nicht gut! Ah! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat nach der Übernahme, töten? Oha! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, wir sind jetzt reingerannt. Nächste Testkammer. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will wieder raus. Hach! Du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor. Für... Dich. Logisch. Für wen sollte ich es ausmachen? Also... Wollen wir mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem. Ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Da! Bing! Sehr gut! Weiter geht's! Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh! Aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft? Freut euch schon mal drauf. Aber warte auf. Ich bin schon drüber. Ich bin schon drüber. Es bin bitte nie drüber, aber wir... Wenn ich da vielleicht irgendwie rauf dann... Ich habe nur Wege sein, verdammte Experimente zu... Gehen. Oh oh. So nicht. So war ein Fairb. Ha! Du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor für dich, Logan. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen wir mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem. Ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Da! Bing! Sehr gut. Weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh! Aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft? Freut euch schon mal drauf. Ist das nicht hier was öffnen? Malsonst4 Ok. Okay. Ich kann jetzt einfach hier, okay. Das braucht man aber auf der Rampe. Ich habe keine Idee, aber was soll ich. Ich muss aber da jetzt hochkommen. Wofür stellt er sich das vor, wenn man dann hier rüber so ein Zug? Dann mal dort auf der Brücke und dann dort oben irgendwie drauf? Keine Ahnung. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich kann hier auch nirgends wo hinfallen. Seit hier vielleicht. Da bringt's mir nix. Bist du ein Roboter? Oder ich bin du? Das ist das. Ein Beides sein. Wollen wir auch mal nach oben? Das muss ja bei dem Fall machen. Beim ersten Fall. Verdammt. Das ist das, was ich bin, glaube ich. Der Blanf war es doch gut von dem Neum. Der Blanf war das nicht von dem Neum. Das ist das. Das ist das. Der Blanf war das Däumen. Okay, das ist das. Der Blanf war das Däumen. Another one. Was, wenn nicht dann dort durch jeden Portal und dann da bloß fliege? Ist wahrscheinlich immer ständig halt so. Muss man hier auch noch landen. Das klappt niemals. Da können nicht zwei Portale sitzen. Ich muss mich darauf konzentrieren, hier richtig hell zu fallen und dann dort richtig raus zu fallen. Never Mr. Clever. Was, wenn ich aber da durchfalle und dann dort wieder rausfalle und dann... Ich habe nicht genug Zeit, um dann... Da braucht man ja das Physikstudium, um das zu bemelfen. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017